Moin hier bei Galooten und herzlich willkommen zurück zu Elex Folge, äh, 7. Warte, wo ist der? Da, ah, ha, 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 hier, hallo. Wie gesagt, also bis 10 wird es wohl noch gehen, aber danach wird es richtig schwierig. Ich will einfach nur mal wissen, pass mal auf, ich speichere nochmal. Dann gehe ich mal hinter den. Ja, weil ich tot bin? Lol. Also dem mache ich immerhin ein bisschen Schaden. Aber das ist, wir sind halt echt einfach noch zu schwach dafür, das lohnt alles nichts. So, ich wollte jetzt mal auf die Map gucken. Okay, das ist dieses Zwischending. Ich weiß nicht, ob ich diesen Heidrank nehme. Warte mal, ist das jetzt ein Bett oder was ist das? Nee. Das ist auch cool. Das sieht auch so schön aus, das Spiel einfach. Ich weiß, ich habe da in dem einen Raum gerade Sachen liegen lassen, aber das habe ich tatsächlich absichtlich gemacht. Nicht, dass die noch anfangen, irgendwie ganz komisch zu werden gleich, wenn ich da deren Sachen mir einfach mobs. Oh. Sieht auch schon wieder so komisch aus hier. Ach, Gift und allem. Was ist denn das hier? Okay, wir können mal einfach in die Map gucken, alles klar. Oh, öffnen. Was ist hier denn? Oh, ja. Braucht bitte noch länger. What the heck? Okay, jetzt habe ich echt so ein bisschen Fallout-Feeling. Mit so einem... Oh, oh. Später vielleicht. Pass auf, dann mach ich die Tür erstmal wieder zu. Kann ich die zumachen? Nee, kann ich mal zumachen. Okay, was haben wir hier? Okay, hier hätten wir ein Bett. Ich glaube, das werde ich dann tatsächlich auch einmal kurz nehmen. Und werde mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Mal sehen, ob die Franchi gleich wieder einbrechen. Nee, nee. Ist alles gut. Ist alles in Ordnung. Alles klar. Dann haben wir uns gleich geheilt. Gleich super, Suche. Alles easy. Jo. Ist hier noch irgendwas? Nöp. Nöp. Oh, hier haben wir wieder eine. Oh, guck mal. Guck mal da. Bin gespannt. Na, sehen wir hier wieder irgendwelche Viechers oder so rumlaufen? Hä? So. Gibt es hier Loot für mich? Zeig mir, ich brauche Loot. Ich will Loot. Warum wächst dann halt einfach mal da? Ja, klar. Wachst doch einfach mal dazwischen. Oh, das wird hoch. Ist hier noch irgendwie ein anderer Ort, wo wir vorher noch zwischenlanden können? Nee. Alter, okay. Wie? Kann doch nicht sein. Hier muss das doch Loot geben. Gibt das hier nichts für mich? Nee. Will ich eigentlich jetzt nicht glauben. Kein Loot? Verarscht mich doch. So, warte mal. Wo sind wir? Ach, das ist... Richtung Norden. Richtung Norden. Ja, dieses Holzhaus da vorne. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Weiter, weiter. Rennen, rennen, rennen. Ui. Na, der Heiltrank, Wein. Noch was? Äh, Bank. Hammer. Ich glaube, wir können hier tatsächlich nachher auch richtig hart schmieden und unseren eigenen Stuff irgendwie herstellen. So, ist hier noch irgendwie was? Hier gibt es nochmal ein bisschen Elixit. Und ein Setzerbrot. Dieser Pilz, ne? Das Setzerbrot. So. Okay, dann gibt es hier nicht mehr. Dann laufe ich tatsächlich jetzt... Ah, komm schon. Erstmal da hin. Renn doch mal. Oh! Hier ist wieder so ein Ding. Das wäre cool, wenn wir irgendwie eine Nachricht bekommen würden. So, von wegen, dass das hier in der Nähe ist. Oh, okay, da ist ein Viech. Das ist aber ein kleines Viech, das kriegen wir kaputt. Siehste? Sag ich doch, kriegen wir kaputt. Zweimal Kralle, Knochen, rohes Fleisch. Alrighty. Und nun? Haben wir hier irgendwen gerettet und sind voll die Helden? Klärme Band. Och. Wie gesagt, wir müssen uns bitte einfach nur vorstellen, dass er in dem Moment einfach stolpert, wenn da so eine Scheiße passiert. Okay. Zack. So ein bisschen vom Soundtrack muss ich... Ein Spielzeug-Dino. Awesome. Fast so gut. Äh, nur fast so gut. Wie das Jetpack. Aber das geht noch runter? Nee, noch nicht. Ging vielleicht mal runter. Alles weg, Looten. Die Messer... Äh? Mehr nicht? Okay. Auch nix. Dann bitte da hin. Ach, guck mal. Und das ist eines dieser Weltenherzen. Äh, nicht das, sondern das da. Alter, das ist doch cool. Federvieh. Und vorhin heißt es Federvieh. Irrador. Du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nervös? Hm. Dein erster Eindruck war halt... Naja, wir kriegen hier selten Besuch. Und wenn, dann sind es entweder Viecher oder Schlimmeres. Hm. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Hauptsache du hast deine Mega-Föhn-Frisur. Echt. Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Was für ein erbärmliches Leben. Glaub mir. So wie du habe ich früher auch darüber gedacht. Da hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken jeden als bescheuert abgestempelt, der sich für diese Arbeit meldet. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Ein Plan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihn die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Hm. Was weiß ein Setzer schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Woher bekommt ihr eure Ration? Erstmal Infos einholen. Gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Welchen Sinn hat es hier, ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen. Habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Haben wir Flammpfeile? Ah, okay. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Sinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die wahren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudelraptoren ihre Jungen. Doch, das ist in Ordnung. Goliath ist weit. Das kann dauern. Noch nagen wir nicht am Hungertuch. Aber lange dauert es nicht mehr. Vergiss das nicht, wenn du wieder unterwegs bist. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Das Zeug wächst überall. Vier Dutzend sollten reichen. Vier Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. So viel habe ich nicht. Was weißt du über den Mord an Asko? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Okay. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Du trägst ein Schwert? Klar, wie die meisten von uns. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich. Oder? Was hast du denn noch gehört? Hm. In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, fragt mich nicht. Wie gut kanntest du Asko? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor drei Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Du meinst... Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Okay. Gerade nicht. Gerade nicht. Okay. So. Das hier ist also ein Weltenherz. Und ich will erst mal rauf. Ich muss vor allem damit umgehen. Ich steig rauf. Oh. Hier können wir Mana sammeln. Okay. Das ist jetzt auch witzig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, vorsichtig. Hä? Nicht so, nicht so. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich komme hier noch irgendwo Mana. Ob er mal sein Leben chillt, bitte. Und ist ja auch nicht so lecker, ne? Ach, cool. Hier kann ich das erste Mal tauchen. Äh, nä. Aber schwimmen. So tief, wie das da ist. Okay. Haben wir auch noch nicht. Die anderen Bächlein waren alle nicht ganz so doll. So, dann lass mich mal gucken. Also, rein theoretisch, sagt er. Ich soll nach... Ach, warte mal. Aber ich kann doch schnell reisen, oder nicht? Uras? Pass mal auf. Und der andere ist... Ja, easy. Guck mal. Pass mal auf. Dann machen wir das einmal schnell. Das ist keine Laufarbeit. Wir porten uns einfach. Ist easy. Ähm, wo war denn das jetzt? Wartungsprotokoll. Nachschub für die Setzer. Es gibt immer was zu tun. Auf der Karte markieren. Da. Ragnar, alles klar. Dann teleportiere ich mich da einfach mal hin. Ich meine, ist ja keine... Ist keine Laufarbeit. Ist easy. Easy fucking going. Okay. Äh. Was? Wie? Meine Frau weiß... Ich denke streng. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Äh? Du solltest mir diese Quest hier drauf markieren. Ach nee, nicht das. Markiere ich den hier? Sag mal. Ah, okay, okay. Da. X. So, dann laufe ich zu der jetzt einmal. Nein, das ist ja kein... Das ist ja kein Weg. Wenn wir uns auch sowieso immerhin teleportieren können. Fuck it. Oh, warte mal. Ich könnte mit dem ja schon mal... Dem könnte ich ja schon mal was erzählen. Ein Wort zum Mord an Ascor. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Ascor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Ascor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Hm. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Ascor war ein gestandener Kerl. Hm. Damit fällt Irdor als Mörder von Ascor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Hm. Hm. Mal gucken. Oh, warte, 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 da kann ich was sammeln. Blut, 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 es gibt Blut. Nee. Und die Musik, die erinnert halt schon hart wieder an Gothic, ne? Ist ja nun mal so. Na, komm, weg da. Mal weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen. Ja. Wart, warte, 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 wo? Napfel. Okay. Oh, warte. Großer Elexbeutel? Was macht der denn hier? Oh Gott. Das war fast zu weit. Ah. Das war eng. Lol. Lol war das knapp, fast tot. Ich glaube, ich speichere mal wieder zwischendurch. Oh, hi, wer bist du denn? Ich kenne dich noch gar nicht. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ranschaffen. Ich kann es jedenfalls nicht. Okay. Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie. Nenn es, wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokus Pokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Hast du recht. Erdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Ersetzer jagen schicken? Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber naja. Für die Sätze reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Du alles Schlampe, ey. Meinst du die Sache mit dem Brot ernst? Ja. Denkst du, ich mache Witze? Mir ist es ehrlich gesagt total egal, wer was isst. Sollen sie von mir aus daran ersticken? Sie sind es gewohnt, dass ihr Alltag geregelt ist. Ich hingegen bin auf mich allein gestellt. Mitleid können sie von mir keines erwarten. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du musst es ihm ja nicht geben. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben. Solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung. Sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sicher nicht einmal, was hier abläuft. Übel. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Weil du wütend bist. Allerdings bin ich das. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon hundertmal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist... Sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ja, Persönlichkeit 4 haben wir nicht. Dieser Meister Thorald. Wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar. Dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ja. Hm. Hm. Bring mir etwas bei. Natürlich. Oh, ich habe ja einen Lernpunkt. Wo habe ich den denn noch übrig gehabt? Schade, ich kann nichts davon lernen. Und das wäre jetzt aber wieder Persönlichkeit. Das ist halt auch cool. Sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Auch cool. Mehr Erfahrung für... Ach nee, nee, nee. Da wollten wir ja den hier haben. Alter, aber das dauert noch ewig und drei Jahre, bis wir da ankommen. Nix, was wir hier auch nur annähernd lernen könnten. Echt. 50, 50, 50. 40, 20. 30, 20. Schon eher. Ach, erhöht den dann gleich um 2 oder was? Okay. Kannst du hart knicken. Kannst du hart knicken. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrungen, okay. Ah, hm. Das wäre vielleicht bald eine Sache. Nee, leider nicht. Ich rede mal mit Angrem. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Okay, Nahrungsnachschub, alles klar. Was hat die denn generell so? Ja, Waffen. Klopapier, ich wusste es! Anleitung für Ring der Kraft. Einfacher Holzpfeil, ja. Okay. Jetzt haben wir schon wieder, Waffen Gott sei Dank wieder was. Okay, da haben wir nicht. Dunkelgrüne Stoffkapuze. Ah, wäre schon cool, wenn wir endlich mal so ein bisschen was anderes da noch haben. Aber, nee, nee. Nee, nee. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie mal was... Ja, warte mal. Was brauche ich hier für Stärke und Geschick, hatte ich gesagt, ne? Ja, alles klar. Äh, ja. Okay, das bedeutet, wir haben... In dieser Technik-Kram. Schöne dein Leben. Holzpfeiler haben wir. Ja, alles klar. Hier haben wir nichts anderes Cooles. Da haben wir das... Aber ich hab das mit dem Levy hier gar nicht mitbekommen. Hab ich gesagt, Stärke und Geschicklichkeit, ne? Brauchten wir beides, glaube ich, auf 18. Hier noch vier übrig. Boah, die rotzt hier auch an die Seite. Wie widerlich, ey. Ah, hm. Nehme ich noch Consti dazu? Oder nee, komm. Zack. So machen wir das. Übernehmen. Ende aus. Zaubermaus, Zaubermaus, Zappel, Duster, Klabauter, Klaus. Und so. War gut. Klar. Immer dieser Technik-Kram. Immer dieser Technik-Scheiß! So, geil, Lombard. Leute, rein theoretisch kann ich die rostige Axt einmal verkaufen. Ich will Hande. Gut. Gut. So, die rostige Axt. Tu's. Und hier noch irgendwelchen Stuff. Den brauchen wir nicht mehr. An diesem Stuff. Alter, was wir hier nicht noch alles haben. An's. Mega Stuff, ey. Fuck it. Voll in Ordnung so. So, tschüss. Okay, also sie hat gesagt... Ja, geil, ey. Hinterm Haus, hat sie gesagt. Da hat sie was weggeworfen. Ich bin voll daneben, ey. Super. So gut, ey. So, Äpfel, Pfeil. Oh. Tut mir leid. Wir können hier erstmal ein bisschen looten. Und jetzt ist es aber die Frage. Bringen wir ihm das, oder... Können wir rein theoretisch mit der Quest... Aufbruch zu fernen Spuren, Altlaste. Das wäre das. Nahrungsnachschub. Pass mal auf. Den markiere ich mal auf der Karte. Habe ich jetzt nicht markiert, oder? Ne, war klar. Jetzt. Dankeschön. Dann können wir nämlich... Och, wieder hoch, oder wat? Dann können wir nämlich vielleicht gucken, vielleicht kriegen wir ja sie jetzt da... oder jetzt halt den einen komischen Typen da dazu, ihr weiter den Scheiß zu liefern, damit sie dem anderen das liefern kann. Verstehst du mich meinen? Nein. Hoch, 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 danke. Scheiße, ich muss da gar nicht hoch, oder was? Och, fuck it. Lol. Öh, hallo? Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Nein, genau hier. Mit deinem Tech-Zeug. Du bist nur neidisch. Das höre ich. Och, und zu dem wollten wir ja auch noch. Aber eigentlich in der Nacht, aber in der Nacht... Er ist schon wieder gestolpert. Wissen wir ja, können wir nicht so gut aufnehmen. Tigerin? Den kenn ich noch gar nicht, oder? Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Okay. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Oh! Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Das ist eben für ein Typ. Wachtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider? Wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Du bist nur eine faule Sau. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Zwei wird großgeschrieben in dem Moment, du Spacken. Es tut mir leid. Hör gut zu. Erstens. Falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens. Die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens. Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens. Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens. Freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Was macht die Berserker aus? Tut mir leid. Wir bedienen uns der Kraft der Natur. Wir müssen es ja wissen. Und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken. Wir sind die Zukunft der Menschheit. Wow, krasser Typ. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Dann dreht er durch. Sind sie den Berserkern überlegen? Nun, sie haben zwar ihre Blechmaschinen, die eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellen. Aber das ist es nicht, was mir Falten auf die Stirn legt. Unsere Magie ist ihnen ebenbürtig. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jep. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Aber der ist schon weg. Wegen des Klerikers. Der ist schon weg. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Sinder schickt mich. Sinder? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja. Sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sinder zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Oh, den haben wir auch schon kennengelernt. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinder wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Look. Mal gehen. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas... Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jorah finden. Die wollen wir sowieso sehen. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Das ist doch keine Arbeit. Beweise mir erst einmal, dass du auch kleinere Aufträge gewissenhaft erledigen kannst. Vorher wird der Eisen klar. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit... Geh nun. Recht. Okay. Also... Weißt du, wir laufen zu dem einen, kommen dann zum anderen und dies und jenes und... Alter, ey. Mal gucken. Hier das Ding. Dann war... Die Lady, die war doch... Ne, nicht hier. Scheiße, wo war die denn jetzt? So was hätte ich auch gerne. Oh, du bist neidisch wieder, oder was? Da ist Sinn, da. Alles klar. Da laufen wir hin. Geronimo! Oh, nicht schon wieder zu tief fallen. Das hatten wir vorhin ja schon. Warte. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Äh, ach hier. Ich habe mit Angrem gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferung? Mehr Erfahrung. Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Hm. Ich könnte für dich gehen. Du? Hm. Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens fünf Lieferungen bringen müssen. What? Nein, nein. Das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Alles klar. Dann machen wir den Scheiß noch einmal schnell. Das gibt's doch nicht. Ey, die schicken mich von Pontius zu Pilatus. Ernsthaft. So, warte. Wo war das jetzt? Ja, da oben ist auf jeden Fall gleich Ragnar. Das weiß ich. Das ist schon mal richtig. Ach, komm ich da hoch? Jo, weg geht's. Oh nein. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Junge. Geil war das knapp. Hi, hi, hi. Das hätte richtige Arbeit werden können, ey. So, da oben ist er. Ach, davon habe ich jetzt Schaden bekommen? Verarscht mich doch, oder was? Wupp. Wobei. Och. Alter, stolpert der schon wieder? Der kleine... What the fuck? Typ. Guck mal, bei Ragnar weiß ich immerhin schon genau, wo der ist. Und der saß, glaube ich, irgendwo direkt hier vorne gleich auch. So was hätte ich auch gern. Tja. Weiß ich doch. Neidisch. Ah, den muss ich erst mal suchen. Ähm. Ja. Da vorne. Ach, direkt hier nebenan. Da ist er. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Mit der Kamera manchmal. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Aber das ist nicht schlimm. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Hab ich. Hab ich. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Hab ich schon. Gott sei Dank. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Gibt es Probleme? Natürlich, aber wir Warlords sind uns... Ansonsten bricht... Trotzdem gibt es Leute, die... Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clan-Mitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung. Und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Hm. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Hm. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Also noch eine Mission, aber wir wollen erst einmal kurz... Lass den Unfug. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Ähm, erst einmal den hier weiter auf der Karte markieren. Dann wieder zu Sinder runter. Oh! Also das mit der Menüführung manchmal noch. Aber okay. So, Leute. Während wir denn jetzt da zu Sinder mal hinunter verspazieren... Boah, Alter! Na? Ist das vielleicht sogar... Oh, bald auch schon wieder Zeit. Oder ist es sogar ganz sicher? Die Folge zu beenden so langsam. Wupp. Ah, wippa! Aber erst einmal machen wir die Quest noch zu Ende. Denn das können wir noch tun. Das ist ja recht schnell gemacht. Ist ja direkt hier ums Eck. Guck mal, hier ums Eck und zack. Äh, schon wieder. Geradeaus. Ich vergesse jedes Mal. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Kormak tatsächlich überredet? Ja. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich hab noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Jetzt kann ich überleben. Ich bin mal nett. Weil anscheinend kann die uns später noch Sachen... Ich hab irgendwie so ein Gefühl mit der. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisen-Clan. 250 für den einen. Und 250 für den anderen. Geil! Viel Spaß damit. Und gib nicht alles auf einmal aus. Geil! Wir haben richtig was bekommen dafür. Coole Nummer! Bäm! Alles klar. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen in dieser Folge. Das war heute jetzt wieder ein bisschen viel rumquesten, laufen, ein bisschen was killen, ein bisschen was sterben und war auf jeden Fall witzig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wicke, wicke, ciao und... Tschüss!